Stell dir einmal zwei Magneten vor und diese Magneten ziehen sich an. Aber was passiert jetzt? Sie kommen sofort zusammen. Was ist hier nun geschehen? Die Spannung ist verloren gegangen. Das heißt also, während diese Magneten sich anziehen, aber es etwas gibt, was diese beiden zurückzieht, herrscht eine Spannung zwischen diesen beiden Magneten. Aber wenn man loslässt, passiert das und die Spannung ist verloren gegangen. Und wenn das hier passiert, bist das Original du, wenn du in der Friendzone landest. Denn wenn du mal deine Gespräche anguckst, sei ehrlich zu dir selbst. Ist da ein Raum zwischen euch oder hast du bereits zugemacht? Ist alles bereits sicher? Ist alles bereits klar für sie? Denn wenn du das hier machst, wirst du merken, dass du verdammt nochmal die Spannung verlierst. Und wenn du die Spannung verlierst, kann sie keine Anziehung zu dir aufbauen. Das ist das verdammte Problem. Das heißt also, wenn du in einer verdammten Ehe bist, wo du keine Spannung, keine Anziehung hast und die Luft raus ist, dann ist es deswegen. Oder wenn du gerade jemanden kennenlernst und merkst, dass du keine Anziehung aufbauen kannst und immer mehr Gefahr löst, dass du nur ein Freund bist, dann ist es deswegen. Was kannst du denn tun, um diese Spannung beizubehalten und dafür zu sorgen, dass du interessant bleibst? Wenn du in einem Gespräch bist, frag dich selbst. Stimmst du allem zu oder bist du auch jemand, der dagegen stimmt? Der nicht alles toll findet, was sie sagt oder was sie macht. Was für ein Typ bist du? Denn vielleicht hast du gemerkt, dass Männer, die anecken oder etwas arrogant sind oder sonstiges, viel besser ankommen bei dem anderen Geschlecht. Warum ist das so? Weil Spannung herrscht. Wieso? Weil diese Männer nicht ein und derselben Meinung sind. Sie mag Fische, du magst Fische. Sie mag Vögel, du magst Vögel. Sie mag Musik, du magst Musik. Sie mag Golfen, du magst Golfen. Die meisten Männer da draußen haben große Angst davor, einfach etwas zu sagen, was nicht derselbe Meinung ist wie sie. Weil sie das Gefühl haben, das ist unkomfortabel und all das. Das heißt also, du bist nicht konfliktfähig. Du bist nicht bereit, in den Konflikt zu gehen. Du hast Angst vor Konfrontation. Dadurch bist du an sich schon nicht spannend. Du bist nicht interessant, verstehst du? Das heißt, du bist nur ein verdammter Mitläufer. Du bist keine Herausforderung. Du bist nicht interessant und nicht spannend. Das ist das verdammte Problem und sie will keinen Mitläufer. Sie will jemanden haben, der interessant sein kann. Sie will jemand Spannendes, um dann Verbindungen aufzubauen. Aber was die meisten Männer machen da draußen, ist leider zuerst die Verbindung aufbauen und dann versuchen sie irgendwie Spannung reinzukriegen auf irgendeine Art und Weise, auf magische Art und Weise, wenn überhaupt. Und das klappt nicht. Das heißt also, hör auf Verbindungen aufzubauen. Heißt also Freundschaft, dass ihr euch beide versteht und all dieses Zeugs. Wenn du vorher keine Spannung erzeugt hast. Denn die Spannung ist der Fuß in die Tür. Und Verbindung ist im Haus wohnen, wenn du im Haus drinnen bist und dort lebst. Heißt also, sorge am Anfang dafür, dass du nicht immer derselbe Meinung bist wie sie. Sondern, dass du ein bisschen auf Konfrontationskurs gehst. Wie machst du das also am besten? Indem du dafür sorgst, dass du nach Meinung fragst beispielsweise. Worauf stehst du mehr? Hunde oder Katzen? Und wenn sie sagt Katzen, dann sagst du, Warum? In dieser halben Stunde, wo ich dich gesehen habe und gehofft habe, dass das mit uns beiden etwas Wunderbares werden könnte, musste es dazu kommen, dass meine Träume und Hoffnungen kaputt gehen. Warum Katzen? Warum? Nun hast du Stoff, mit dem du arbeiten kannst. Ah, warum? Was ist mit Katzen und so weiter? Du weißt selber, dass Katzen arrogante Mistviecher sind, oder? Ja, pfff, nein, das stimmt doch gar nicht, das ist gar nicht wahr. Guck mal, bei dir hätte ich das nicht gedacht. Ja, du bist weniger arrogant, aber jetzt wird mir einiges klappt. Aber was soll das denn heißen? Und es geht weiter und weiter und weiter und weiter die ganze Zeit. Du hast Stoff, mit dem du arbeiten kannst, um Spannung zu erzeugen. Wo sich die Frage auftut, sind wir jetzt cool miteinander oder nicht? Sind wir jetzt cool miteinander oder nicht? Sind wir jetzt cool miteinander oder nicht? Und das sorgt dafür, dass Emotionen gespiked werden. Dass es interessant ist, dass es spannend ist. Verstehst du? Das ist der Sinn der Sache. Aber das, was die meisten machen, ist, worauf stehst du mehr? Hunde oder Katzen? Katzen. Oh, ich liebe Katzen. Ich könnte Katzen den ganzen Tag lang knuscheln. Ich will sie den ganzen Tag lang knuddeln. Oh, wie viele Katzen hast du? Ich habe auch überlegt, mir 25 Katzen zu kaufen, jetzt wo du eine Katze hast. Oh, geil. Das ist das, was die meisten machen. Sie glauben, sie schaffen es, an sie heranzukommen, indem sie sich einschleimen bis zum Gehtnichtmehr. Heißt also, du sollst dir als Mann im Klaren darüber sein, was wirklich für dich wichtig ist, was wirklich für dich zählt. Und nicht immer mit jedem Menschen derselbe Meinung sein. Bitte, um Gottes willen, hör auf damit. Bitte, hör auf, jedem gefallen zu wollen. Wenn du bereit bist, herauszufinden, wie du das Ganze wahr machen kannst. Wie du als Mann herausfindest, was du wirklich willst. In die Umsetzung gehst. Menschen in deinem Leben, die wirklich dir und deinen Werten entsprechen. Bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es Fragen geben sollte, Champ, runter in die Kommentare damit. Schreib deine Meinung zu diesem ganzen Thema runter in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in den nächsten verdammten Videos. Let's fucking go, Champ. Action. Vorwärts. Power.